Guten Hunger, ihr blöden Viecher! Seit wann haben wir eigentlich vier Rikus? Äh, was? Wieso hat mir niemand erzählt, dass heute Imitatoriendienstag ist? Ich darf Maurice sein. Äh, äh, hey Leute, hört auf Spaß zu haben. Ich bin nämlich langweilig. Und ihr solltet auch langweilig sein. Hey, so rede ich ganz sicher nicht. Doch, tust du. Das ist deine Roboterstimme. Durchsage beendet.